Bhagavad-Gita, Vers 2 Sanjaya sagte, O König, nachdem König Duryodhana über die Armee geblickt hatte, die von den Söhnen Pandus aufgestellt worden war, ging er zu seinem Lehrer und sprach die folgenden Worte. Erklärung Tritarashtra war von Geburt an blind. Und unglückseligerweise mangelte es ihm auch an spiritueller Sicht. Er wusste sehr wohl, dass seine Söhne, was Religion anbetraf, gleichermaßen blind waren. Und er war überzeugt, dass sie sich niemals mit den Pandavas einigen könnten, die alle von Geburt an fromm waren. Dennoch fürchtete er den Einfluss der Pilgerstätte und Sanjaya konnte verstehen, warum er Fragen über die Lage auf dem Schlachtfeld stellte. Er wollte daher den König ermutigen und machte ihn somit warnend darauf aufmerksam, dass seine Söhne nicht bereit seien, unter dem Einfluss der heiligen Stätte irgendeine Art von Kompromiss zu schließen. Sanjaya teilte dem König deshalb mit, dass sein Sohn Duryodhana, nachdem er die militärische Stärke der Pandavas gesehen habe, sofort zu seinem Oberbefehlshaber Thronacharya gegangen sei, um ihn über die wirkliche Lage zu informieren. Obwohl Duryodhana König war, musste er dennoch aufgrund der ernsten Lage zu seinem Befehlshaber gehen. Er war daher durchaus geeignet, Politiker zu werden. Aber Duryodhanas diplomatische Scheinheiligkeit konnte nicht die Furcht verbergen, die er verspürte, wenn er die militärische Aufstellung der Pandavas sah.